Assalamu alaikum, ich heiße Talha. Assalamu alaikum, mein Name ist Hulaiman. Und das hier sind Mama und Papa. Hey, ich bin Amr. Und ich bin Zainab. Das ist unsere Katze Nono. Und zusammen sind wir die Familie Bahimi, Afrika Amtala. Assalamu alaikum, Schatz. Na, was gibt es? Oh, alaikum salam. Hey, sag unbedingt den Kindern, dass sie zu Wildtierstationen kommen müssen. Wir haben hier ein neues Tier. Das wird bestimmt echt schön für sie. Oh, ich bin gespannt. Ja klar, ich sage ihnen, dass sie gleich aufbrechen. War das Papa? Was ist denn los? Sie haben in der Station irgendein neues Tier. Ja, ihr sollt kommen. Anscheinend wird es bestimmt spaßig für euch. Ich bin gespannt. Lass uns gleich los. Vielleicht hast du bald noch ein anderes Tier als Nugget zu, Freund. Oder das Tier sucht sich dich als Freund aus. Komm, lass uns los. Alles klar. Bis später, Mama. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Viel Spaß. Ich sehe es schon. Ich sehe es schon. Ein Apfel. Aha, der klebt ja an. Papa, wie ein kleines Baby. Assalamu alaikum, Jungs. Darf ich vorstellen, das ist der kleine Smarty. Wie süß er ist. Deine Humme wäre ich. Oh, oh. Ich glaube, er wird runter zu dir. Ah, ist ja viel zu schwer. Spanala. Kipp ja um. Ja, der Kleine ist wohl noch ein bisschen zu schwer für dich. Na, komm mal her, du kleiner frecher Kerl. Was ist mit ihm? Seine Mama ist leider verletzt und wird gerade operiert. Solange bis sie wieder aus der Narkose aufgewacht ist, müssen wir ein bisschen auf ihn aufpassen. Habt ihr Lust? Ja, klar. Super. Gerne. Äh, okay. Ich hole mal von drinnen ein paar Bananen für ihn, okay? Ihr schafft das schon ein paar Minuten. Ähm, okay. Er ist wie ein Kleinkind. Keine Sorge. Okay, Papa. Wir bekommen das schon hin. Oh, oh. Kleiner, was machst du denn da? Ich will noch keine Kletterranke. Aha. Das sieht witzig aus. Er will an dir hochklettern. Der ist echt schwer. Maschallah. Hey, Smarty. Wo läufst du denn hin? Bleib hier. Das ist gar nicht gut. Schnell. Wir müssen ihn wieder einfangen, bevor Papa rauskommt. Schnell hinterher. Boah, der ist schnell. Wo will er denn hin? Subhanallah. Lauf schneller. Ich laufe ihn doch so schnell ich kann. So, da bin ich wie... Schleimann? Hallo? Wo seid ihr denn? Oh, oh. Vielleicht habe ich ihm doch zu viel zugetraut mit dem fälligen Kerl. Ich denke, ich muss sie wohl suchen gehen. Was sollen wir denn jetzt nur machen? Er hockt komplett oben auf dem Baum. Dem scheint es sogar noch zu gefallen. Naja, immer ein Kletternaffen ja gerne. Ich habe eine Idee. Wir verstecken uns da vorne und warten mal, was er macht. Vielleicht bekommt er ja Angst alleine und läuft uns hinterher. Er sieht zwar nicht so aus, aber einen Versuch ist es wert. Subhanallah, er spielt einfach weiter. Guck, er kommt runter. Lass uns wieder auf ihn zugehen. Nein, jetzt läuft er schon wieder weg. Oh, Schleimann, komm schnell. Was sagen wir nun, Papa? As-salamu alaikum, Dr. Bakhil. Na, wie lief der Eingriff? Oh, alaikum salam. Alhamdulillah. Es war ja nur etwas Kleines. Unsere Gina ist nun wieder wach und sucht schon nach dem kleinen Smarty. Du kannst ihn bringen. Dann können wir sie wieder rauslassen bei ihrer Gruppe. Ja, da gibt es ein kleines Problemchen. Was ist denn? Ist alles okay? Ich habe ihn zwei Minuten mit Halha und Suleiman alleine gelassen und anscheinend ist er ihnen ausgebüxt. Ach nein, Subhanallah. Na, dann beeil dich lieber mit der Suche, sonst haben wir eine wütende Affenmama hier. Ich gebe mein Bestes. Inschallah kann ich den Kleinen gleich bringen. Stopp, bevor du weiterschaust, das müssen deine Eltern wissen. Kennt ihr schon unsere Playmuslim-Plattform? Verpasse auf keinen Fall die Vorteile davon. Playmuslim-Folgen ohne Werbung schauen. Schaut Folgen schon zwei bis vier Wochen vorher. Keine Gefahr auf seltsame Inhalte zu gelangen. Spezial-Folgen, die es auf YouTube nicht geben wird. Und das Abo ist jederzeit kündbar. Ihr findet den Link in der Videobeschreibung. So, und jetzt geht's weiter mit dem Video. Suleiman, er sitzt da hinten neben der Palme. Vielleicht muss er sich ausreden. Oh, das muss ich auch. Ich kann nicht mehr, Teilha. Suleiman, du musst aber... Nee, sammle mich einfach später hier wieder ein. Schließlich müssen wir auch wieder zurück. Ah, na gut, bleib genau hier, okay? Ich ruhe mich nicht von der Stelle. Ich bin total kaputt. Nein, Smarty, er rennt schon wieder weiter. Bis später, Suleiman. Möge Allah, die Erfolg geben. Ich bin kaputt. Martin, mein Lieber, komm mal schön zu mir. Ach, es nützt nichts. Ich habe nicht mal ein Telefon dabei, um Papa Bescheid zu geben. Wo will er bloß hin? Oh, er dreht um. Komm schon. Äh, hä, der läuft doch im Kreis. Hey, der veräppelt mich auch noch. Denkt er, wir spielen es an oder was? Ah. Hey, da vorne ist der Reservatszoo. Vielleicht kann mir dort jemand helfen. Perfekt, er läuft direkt rein. Dr. Bachir, Dr. Bachir, ich brauche Hilfe. Der kleine Affe sitzt da im Gehege. Assalamualaikum, mein lieber Tala. Scheint so, als hätte sich Smarty ganz alleine zu seiner Mama aufgemacht. Das ist Smartys Mama? Ganz genau. Die Gute wurde schon ganz nervös, hier ohne ihren kleinen Flächen kehren. Oh, Alhamdulillah. Ich bin ja so froh und so kaputt. Bist du in den ganzen Weg von der Wildtierstation bis hierher etwa hinterher gelaufen? Ja, und er hatte mich schon zwischendurch noch ganz schön veräppelt. Und ist noch extra im Kreis gelaufen. Der hat echt eine gute Ausdauer. Ja, das hört sich wirklich nach Affenbaby an. Ich ruf mal deinen Vater an und sag Bescheid, dass der Kleine hier angekommen ist. Ach, ich bin groggy. Anallah, Alhamdulillah, ist alles gut gegangen. Hey, Tala, ist alles okay? Ja, oh, du hast so eine Menge gefunden, Alhamdulillah. Ja, den Arm habe ich völlig fertig aufgegabelt. Ihr hattet wohl eine anstrengende Zeit mit dem Kleinen. Guck mal, Tala, wir haben Bananen dabei und dürfen sie doch noch verfüttern. Na dann, mal rein mit uns. Den Affen etwas Gutes tun, bevor sie wieder nach Hause dürfen. Süß sind die ja schon. Nur gut, dass sich gleich die Mama wieder um diesen Wirbelwind kümmert. Hey Kinder, ein weiterer spannender Tag in der afrikanischen Savanne geht zu Ende. Wir hoffen, es hat euch wieder gefallen. Vergesst nicht das Like und das Abo. Bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilahe illallah. 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 Vielen Dank.